Achtung auf, auf die Seinsrede, Puppe 2. Nächster Kratzer auf der Matte 2, nach 64, Matthias Neumann vom KRV Wanzweiler Land gegen Malik Jaitzin. Reine, genau, Berlin. Einfluss, 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 einfluss. Es kommt reich und sich vor, Sani Bakomedov. Nächster Kampf auf Warte 3, Kampf Nummer 65, Sebastian Stichik-Bitterfeld gegen Julian Clemens. Nächster Kampf auf Warte 4, Kampf Nummer 6 gegen Günther Auer. Seid sich bereit, Isarov M. Straub gegen Heizkamp. Nächster Kampf auf Warte 4, Kampf Nummer 6 gegen Günther Auer. Nächster Kampf auf Warte 4, Kampf Nummer 6 gegen Günther Auer. Nächster Kampf auf Warte 4, Kampf Nummer 6 gegen Günther Auer. Nächster Kampf auf Warte 4, Kampf Nummer 6 gegen Günther Auer. Nächster Kampf auf Warte 1, Kampf Nummer 6 gegen Günther Auer.